Hallo und willkommen zurück zu Entschrouded. In der letzten Folge haben wir den Elixierbrunnen erfolgreich geläutert und uns den Kopf des Endbosses mitgenommen. Sein Gehirn ist nur noch Matsch und irgendwie verdorbene Pilze oder so irgendwas stand da. So, ich würde gerne mal kurz hier ein bisschen rumexperimentieren. Wir haben nämlich hier diesen Zauberstab gefunden. Beziehungsweise Magierstab. Und wenn ich den jetzt nutze, laden. Ah, okay. Aber wo ist denn mein, wo sehe ich denn meinen Mana? Ich sehe auch gerade, wir müssen mal gerade den Gleiter nochmal. Werkbank, ich pin die mal an und pin die wieder ab, dann ist das weg. Weil da steht doch dabei, Rüste können mithilfe von Mana beschwören. Magierstäbe können mithilfe von Mana Zauber beschwören. Genau. Aber wo sehe ich denn meine Mana-Leiste? Oben ist Ausdauer und Heilung. Wenn ich jetzt hier so ein Ding abschieße, geht die Ausdauer runter. Oder wird dann die Ausdauerleiste zur Mana-Leiste? Nee, das kann ja irgendwie nicht sein. Das habe ich auch nur noch. Also, das ist irgendwie ein komisches System. Dass die Zauber wie eine Munition dienen, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Da habe ich in der Demo bin ich mit dem Ding schon nicht richtig warm geworden. Ich lasse den mal für den Anfang hier. Auch wenn der ebisch ist. Dann wo haben wir noch hier die Axt? Ach, das ist eine Einhand-Axt. Oh, das ist natürlich cool. Das ist natürlich gut. Die macht 14 Schaden. Hier das Schwert macht auch 14. Und wo ist denn meine tolle Keule? Achso, der ist... Ach ja, der war ja zweihändig. Ja, warte mal. Wir können aber hier die Axt. Ausrüstung verbessern. Hier die verdorbene Axt. Da können wir hier noch ein paar Runen reinstopfen. Das können... Genau, Fight Fire with Fire. Wir haben 69 Runen. Das Ding machen wir mal weg. Den Zauber können wir weg machen. Ähm... Und dann gehen wir mal hier mit dem Kollegen ins Geschäft hier. Verdorbene Axt. Verbessern. Plus 3 Wutschaden. Plus 3 Schnittschaden. 19. Präzise. Erhielt Chance auf kritische Treffer um 5%. Das ist doch mal ordentlich hier. Mit der Axt, hä? Ich glaube, dann können wir hier das geschärfte Breitschwert erstmal zu den Akten legen. Und stattdessen die Axt hier vorne hinpacken. Und die Keule werden wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen. Stachelkeule. Ähm... Hier die Holz Axt. Die kann man eigentlich... Die kann man löschen. Hier den Schild kann man löschen. Die Keule kann man löschen. Hier die Spitzhacke kann weg. Äh... Enkers Axt. Selten. Und die war episch, ne? So. Ähm... Hier der... Den Zauberstab. Nehmen wir den. Warte, ich nehme ihn mal mit. Aber ich lege ihn mir... Ich lege ihn mir hier hin. So, machen wir hier noch die Fackel hin. 64 Pfeile haben wir noch. Sehr schön. Wunderbar. So, jetzt ist die Frage. Was machen wir jetzt? Wir waren hier bei dem Plündererlager mit Schacht. Blammenaltar und Basisverbesserungen. Die warten. Da sollen wir hin. Der Elixierbrunnen. Krypta, der Erbauer, Schmied. Schmiede eine Waffe. Als Wegpunkt setzen. Da gehen wir mal hin. Ich weiß gerade nicht so genau. Warum wir da jetzt hin müssen. Aber er macht nichts. Ja, ein bisschen Ausdauer tanken. Bevor wir hier gleich mit dem Gleiter ansetzen. Ich kann mal direkt mal die Axt ausprobieren. Ja, ist okay. Nehme ich. Nehme ich. Sehr geil. So, das müsste hier oben sein. Hier ist nämlich so ein Lager. Da kann ich mich dran erinnern. Da war ich in der Demo auch ein, zweimal gewesen. Ach, wir haben ja noch einen Fähigkeitspunkt. Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Fällt mir gerade ein. Charakter. Ähm. Alle Attribute. Fähigkeiten. Wir haben sogar drei. Uch, du Scheiße. Ähm. Gnadenloser Angriff. Führe einen gnadenlosen Angriff aus, indem du E drückst, um einen Gegner, den du überwältigt hast, massiven Schaden zuzufügen. Sprungangriff. 50% mehr Waffenschaden in einem kleinen Explosionsradius verursacht. Kostet Ausdauer entsprechend dem Gewicht der Waffe. Funktioniert nicht mit Werkzeugen. Okay. Und das hier? Schleichangriff. Naja, ich würde sagen, wir machen mal, wir machen mal den hier. Sprungangriff. Freischalten. So. Und dann kann ich mit E den, kann ich den überwältigen oder so irgendwie. Eine Bandage. Stufenaufstieg. Wieder zwei Fähigkeitspunkte. Okay. Cool. So, wenn wir jetzt noch zwei haben. Was haben wir denn? Kommt denn hier? Stärke. Erhebt den Nahkampfschaden um 5%. Doppelsprung. Ja, das vielleicht nicht. Aber Kampfmagier wäre vielleicht nicht schlecht. Erlöser. Du benötigst nur drei statt sechs Sekunden, um einen Verbündeten wiederzubeleben. Absorbieren. Also Magie könnte, ähm, könnte irgendwann noch wirklich wichtig werden, ne? Eine Konstitution. Im Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Das ist auch krass, ne? Kommt denn hier noch Einhalt? Wenn mit Stäben Schaden gegen Gegner verursacht wird, besteht eine Chance von 24%. Das ist hoch. Äh, so. Dann machen wir mal Intelligenz. So, jetzt haben wir noch einen Punkt. Der kostet drei. Das ist auch Intelligenz-Attribut. Steinmetz. Prachtparade. Prachtparade. Bergarbeiter. Hinterhaltsschaden. Hochwertige Ausrüstung. Verlierer, okay. Die Grunddauer für den Ausgeruht-Buff wird um fünf Minuten erhöht. Okay, was haben wir hier? Stärke. Erhöht den Nahkampfschaden um 5%. Doppelsprung. Blutkriege. Ja, dann machen wir hier noch einen auf Stärke drauf. So, jetzt aber. Ein bisschen Skillen muss ja sein. Ach, guck mal da. Ich komme gleich drei von dem. Ähm. Stand da nicht, ich soll eh gedrückt halten. Warte, ich muss noch mal kurz gucken, gell. Wenn du mit einer Nahkampfhafe ausgerüstet bist, kannst du einen Sprungangriff ausführen. Irgendwie mache ich den. Ich dachte, ich muss eh gedrückt halten. Aber das war vielleicht bei einem anderen Zauber oder so. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ah, okay. Hier geht's noch runter. Okay. Einfell fetzen. So. Das war das. Ähm. Okay. Das sah gerade etwas merkwürdig aus. Oh, da kriegen wir hier jede Menge Metallschwatt raus. Ist da noch was dahinter? Hier. Ne. Okay. Oh, Wasser. Das ist gut. So, dann können wir uns auch direkt mal hier so ein Dings geben. So. Schon geht es uns hier richtig gut. Irgendwas tappt da rum, ne? Was? Was redet der da? Oh, das ist nicht gut. Der wirft hier mit Bomben auf mich. Ja, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen hier. Da stehen noch so Explosiv-Dinger. Also noch Fallen. Oh, das ist ein Dings-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Okay. Okay. Der war festgebackt. Der war festgebackt. Das kann ja mal vorkommen. So. Wir sind jetzt hier. Rotfels. Gibt da der Bauer? Rotfels. Wir sollten doch hier eine Waffe schmieden oder so. Hier oben oder was? Wegpunkt erreicht. Da ist noch was zu lesen. Hier war da noch irgendwo ein Gegner gerade. So, da geht's auch runter. Hier liegt was zu lesen. Ja gut, dann, dann... Ach, hier ist noch eine Kiste. Guck mal da. Lehrlingszauberstab. Was haben wir? Zauberstab? Lehrlingszauberstab. Nehmen wir den nochmal. Ein kalter Empfang. Wir sind in Rotfels angekommen. Endlich raus aus den verhüllten Ländern. Die Reise über die Berge war beschwerlich. Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft. Aber es gibt hier fast nichts. Ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, wie ich es an der Front schon getan habe. Ich werde mein Lager in Hintertan aufschlagen. Okay. Wir müssen wohl nach Hintertan bei Gelegenheit. Dann... Aber da ist wohl nichts hier an dem Ding. Sieht nicht so aus, als wäre da was. Dafür ist der Zauberstab echt gut. Ein mysteriöses Fläschchen. Okay. Sehr mysteriös. Oh, Kiste. Explosive Kugeln. So, hier können wir, vorausgesetzt wir haben die explosiven Kugeln hier ausgerüstet. Kann man nämlich hier durchgehen. Hier ist, ach, hier ist das Haus. Okay, hier ist das Haus aus der letzten Folge, wo ich dachte, man kommt hier, das wäre geändert worden. Das ist hier das Haus. So, ich weiß nur nicht, ich glaube, oben war noch ein Gegner. Nee, doch nicht. Okay, dann looten wir hier gerade durch. Waldlangbogen. So, lass mal den gerade mal vergleichen hier. Äh, wo hat er denn hingelegt? Der macht eine Sekunde Spanngeschwindigkeit, 20% Pfeilgeschwindigkeit. Plus 7, plus 15 Ausdauerkosten. Aha. Jägerbogen. Ungewöhnlich. 15 Ausdauerkosten. Der hat keine Ausdauerkosten, aber der macht 15 Ausdauerkosten und ist deswegen besser? Hä? Verstehe ich gerade irgendwie nicht so ganz. So. Okay, dann war hier unten noch irgendwo was zu lesen. Ein Dietrich. Neue Geschichte Plünderer in guten wie in schlechten Zeiten. Yolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aus dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitzewallungen und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer da draußen, streifen umher, schreien in die Nacht. Wir sind umzingelt. Ich will nicht, dass sie unser Ende sind. Ich will Frieden. Ich werde immer an deiner Seite sein. Ich verspreche es dir. Ich liebe dich, Yolanda. Alienor. Ja, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist Yolanda. Naja. Oder das war sie. So, es ist dunkel geworden. Kann ich nicht... Mal ganz blöd gefragt. Kann ich mich nicht da oben in das Bett legen? Äh, ne, hier unten. Das Bett ist da, aber ich kann mich nicht reinlegen. Das ist blöd. So, wir sollen immer noch irgendwie die Waffe schmieden, ne? Überlebende. Werkstätten. Ne, immer Tagebuch. Die Flamme. Quest. Die Warten. Ziel, Sammlefunken. Ja, das haben wir gemacht. Die Warten. Da war doch noch irgendwie Schmiede eine Waffe. Auf unserer Karte. Da habe ich doch extra einen Wegpunkt gesetzt. Rotfels. Plündererlager mit Schacht. Alte Wunden heilen, die warten. Brückenbaubericht. Liebesbrief an Königin Jesmina. Also, ich würde vielleicht versuchen, noch ein bisschen hier unten zu bleiben. Flammenaltar und Basisverbesserungen. Aber das ist eigentlich unsere Quest, ne? Glaube, ich versuche mal hier... Refugium der Flamme. Zum Tagebuch. Achso, da brauchen wir diese... Du kannst Funken in Refugien und Schreien der Flamme finden. Aktive Quest festlegen. Okay. So. Das sind 400 Meter in die Richtung da. Ich weiß gar nicht, ob wir da so jetzt schon hinkommen können, ne? Ich habe keine Ahnung. Da geht es auch runter ins Miasma. Wir probieren einfach mal unser Glück. Wir gehen mal hier hoch und dann schauen wir uns mal hier um. Dann ist auch gleich irgendwann die Nacht vorbei. Dann sieht man wieder ein bisschen mehr. Ich nehme mal an, das Spiel gibt einem die Quests schon so in etwa in der Reihenfolge. Wie es auch Sinn macht. Aber man weiß ja nie, ne? Eine Höhle. Höhlenpassage. Ah. Oh! Ah! Ah! Eine Kiste. Sehr gut. Ein Feuerball. Magierstabladung. Ah. Langsam wird ein Schuh draus. Okay. Hier kann man noch hochklettern. Ah. Miasma. Okay. Okay. Kann ich das denn da irgendwie abbauen, das Ding hier? Upsack voll. Feuerstein, Pflanzenfasern. Das können wir mal alles wegschmissen. Was haben wir denn hier? Getrocknetes Fell. Nachdem das Tierfell auf dem Trockengestell getrocknet wurde, wird es stabiler und haltbarer. Ah ja. So. Hier ist auch ein Miasma. Boah, du Scheiße. Was ist das hier für eine riesen Höhle, ey? Wo ist der Geier, wo ich hier hin muss? Ah, jetzt sind wir raus. Da geht's auch nochmal irgendwie weiter. Also die Karte ist schon verdammt groß, ne? Muss man wirklich sagen. Gucken wir mal gerade, wir sind jetzt hier. Ne, was ist das hier für ein Teil? Schreien der Flamme. Ah, ein Marker hinzugefügt. Sehr gut. Ähm. Ach. Okay. Jetzt haben wir... Stärke die Flamme. Du hast einen Funken erhalten. Benutze die Funken, um die Flamme an deinem Flammenaltar zu stärken. Stärke die Flamme, um deine Miasma-Passierstufe zu erhöhen und mehr Basen zu bauen. Ach, cool. Okay. Ich dachte, wir müssen noch bis da hinten rüber, ne? Warte mal. Hier. Ich dachte, wir müssen noch bis hier hinten hin. Flammenaltar und Basis. Ich habe jetzt einfach gedacht... Hä? Ist immer noch aktiv? Okay. Dann gehen wir mal, wa? Oh, da lag irgendwas. Achso, da war nur ein Stein. Okay. Das war nur ein Stein. Schauen wir uns mal hier um und gucken mal, was das hier so zu entdecken gibt. Mal ab und zu mal so einen Wegpunkt finden. Weil, wenn ich mich jetzt nicht täusche, können wir doch hier... Nein. Als Wegpunkt setzen. Als Wegpunkt setzen. Ach. Ich kann nur zu den Basen schnell... Ich kann hier keine Schnellreise hin machen. Okay, verstehe. Na ja, gut. Jetzt ist ja nicht mehr weit. Sind ja nur noch 200 Meter. Ach, guck mal da. Kollegas. Da hinten ist auch noch irgendwas. der eine sind boden gebackt immer noch habe ich noch so eine exklusive kugel die fackel ist fast kaputt ein glück dass die nacht bald vorbei ist ach hier ist eine ruine hier sind versteckt befallen oh warte mal da habe ich was neues gesehen da ist irgendein grünes vieh rumgelatscht irgendwie ein skorpion oder eine spinne oder so irgendwie was jetzt vielleicht im dunkeln nicht ganz so sinnvoll da hinten eine spinne oder so was ist das wie ist da irgendwie im busch drin ich glaube es ist aber nur eine sogar mit dem mond geht schon runter da vorne es wird gleich hell ist nicht mehr lang sind mehrere da war gerade noch eine zweite kurz zu sehen will mir die wenigstens kurz angucken auch wenn das jetzt gerade hier super duster ist ja es ist so komisch aber es sind in vielen spielen so genau in dem moment wo der mond untergeht und es dann tag wird wird es nochmal richtig dunkel ist hier genauso es ist gerade pech schwarze nacht weil der mond weg ist und die sonne noch nicht da mann nur mann nur mann stehen wir hier mit unserem talent na komm sonne aha so halt sieht doch schon besser aus als sieht man wenigstens wieder ein bisschen was okay die ist mit einem schuss weg das hätte ich jetzt nicht gedacht garn und brutlingsbeine kann man die dinge da irgendwie da kommen halt normalerweise wahrscheinlich noch mehr spinnen raus ne ist ja cool dass man hier so garn farmen kann wo sind die andere jetzt sind da hinten also zauberstab macht spaß gefällt mir kann man hier den kram hier mal ein bisschen aufpassen ob wir hier für für den schaden ab und zu kriegen ne gibt es denn hier auch noch irgendwie eine kiste oder sowas zu holen ne scheinbar nicht nur hier geht so ein graben komplett dran vorbei wir müssen da hoch vielleicht hier und dann könnten wir vorstellen dass hier so art serpentinen sind okay so gut ne aber hier geht ein weg hoch Also irgendwie geht's hier weiter Ob wir hier richtig sind Mal schauen Aber er geht zumindest mal in die richtige Richtung Kommen wir jetzt wieder in die Höhle rein Ne ist nur so ein Pass Okay cool Sehr schön Ah hier sind wir richtig Ja geil Was ist denn das hier Refugium der Flamme Okay Ja hier sollten wir ja hin Wegpunkt erreicht Ja sehr nice Das Refugium der Flamme Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge Ganz in Ruhe an Weiß nicht ob es hier so viel zu entdecken gibt Aber wir schauen es so trotzdem an Okay vielen vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder Macht's gut Bis denn Tschüss